Hallo, liebes Kriteratim. Ich bin der Mehdi. Ich bin ein Ingenieur in Informatik. Ich habe meinen Master an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg gemacht. Und ich war und ich bin immer noch fasziniert mit neuen Technologien. Deswegen habe ich immer neben meinem Studium als Werkstudent gearbeitet. Das war hauptsächlich in Java-Technologie. Und da war eigentlich mein erster Kontakt mit Testing, weil ich für jeden Feature, das ich ja schon entwickelt habe, muss ich einen Unit-Test dafür schreiben. Und ich war so fasziniert mit dieser Qualitätssicherung. Heute bin ich ein Mitarbeiter von Kiterra. Ich bin dankbar, dass Kiterra mir diese Chance gibt, mich in dieser Testing-Welt zu entwickeln, durch Zertifizierung, durch die Entdeckung von neuen Tools in Test Automation. Und ich kann kaum warten, dass ich an Projekten arbeite und dass ich ja meine Fähigkeiten in Softwareentwicklung und in Testing, in reelle Projekte umsetzen. Und auch, dass wir gemeinsam neue Herausforderungen meistern. Vielen Dank.